150.000 Menschen in der Schweiz arbeiten in der Agrikulturen. Hey, das ist die ganze Population Rumänischer. Und das Land ist ein Tier, und es ist großartig, mit der gesamten Stadt und der Tessin zusammen. Die Arbeit unserer Bauern und unserer Bauern ist wichtig, weshalb der 60% von den ganzen Sachen, die wir essen, kommen zu den Schweizern. Ciao a tutti! In diesem Moment, wir sehen uns ein bisschen mehr über die Agrikulturen. Ich denke, wenn ich mich über die Agrikulturen denke, dann denke ich, wie es gut geht, arbeiten lange über die Sprache, in diesem Jahr. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass es für mich die perfekte Zeit ist. Aber für die Fans, der Bauern ist, dass es die Realität ist. Tamara, Jasmin, Arianna, Rebekah. Quattro Sohren von Lombrain, quattro Fähle von Impur. Alle quattro Fähle, in diesem Jahr. In diesem Jahr, in der Schule, 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 Es geht aber auch um die Kinder mit einem Hirsch. Das ist so, wie ich etwas gesagt hatte. Es gibt auch ein Alter. Ich bin schon vierutterig. Die Kinder sind in der Familie. Das ist so, wie ich mein Kind und sie ist. Sie sind in der Familie und in der Familie, Sie leben in der Familie, in die Familie, Sie sind in der Familie. Der Schulter fährt nicht ganz einfach. Was war das, was wir drücken? Arbeten, die fünf und einfach zwei sind, sind ein großer Schmerz an der Autos. Ich mache mir, dass die Schmuck wieder zu einem Sturm ist. Ich habe vorbeige Hübsche einen neuen Sturm, also eine schwere Hübsche, habe ich schon wieder zu machen. Wir sind riesig dabei, aber... Die ist schon nicht in Ordnung, Aber es gibt einen Schiprauk, der uns egal ist. Es gibt einen PBI-Film-Dekumaschinen. Ja, genau. Für mich gibt es einen Ticken von Feinbrüchen, Kao. Kao lassen wir alles essen, wenn wir es nicht mehr wollen. Als wir in den 5-Finalen das erstellen. Wir müssen uns in eine Pause für die Toten gehen. Wir müssen uns in den Sparten sperren, wo du siehst. Nein, ich muss es halten lassen. Aber in der Galliana ist es nicht mehr. Ich habe es gut gefunden. Geil! In den 4-Sorten funktionieren die Mama intim. Ich habe es nicht mehr im Team. Ich habe es nicht mehr im Team. Ich habe es nicht mehr im Team. Aber es ist normal. Ich habe es nicht mehr. Wir sind zusammen. Wie funktioniert es? Welche Körper? Das ist die Fanoidische. Das macht Josef. Insofern ist das Worte der negativen Wettbewerb. In der Zeit hat sich Germany gegessen. Die Beide geht an становieren. Wie fragt man das Bordel? Also, dass Sie�� in einer Familie das vocêpouren haben sind. Also, Sie werden вам wahrscheinlich nicht mehr spiel? Das ist doch Two Rosters. Nein. Nein, du bist gar nicht. Nein, 13 Jahre. Doch, Bibi, du bist in der Vakanz, wenn du in der Schweiz bist? Wir sind ein Tag, aber wir sind in der Vakanz. Genau. In welchen Momenten starten sie zu pechen? In der Pause, die Natur und sich zusammen mit allen. In der Schule, die Priorität haben, lassen sie es, wie sie wollen. Ja, sie macht es einfach, weil es mir lebt, weil es mir lebt, dass sie alle Tiere und sie lebt. Für Sie ist es okay, wie sie es macht? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja! Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Aber es ist eine kleine Impression, dass die Beine spürt und die Schuhe in den Temp. Ich meine, eine Stalle ist eine große Stalle. Sie arbeiten mit Watsch und sie arbeiten mit dem Rest. Aber es ist ein bisschen präziser, es ist eine braune Raube so müde. Bauern, die Bauern im Fonds kultiven, die Bauern im Fonds produzierten, die Tiere zu über 100 Millionen von uns. Die Bauern im Fonds waren die Familie. Dann alle waren die Bauern im Fonds. Die Bauern im Fonds waren alle Bauer. Die Bauern im Fonds waren die Bauern im Fonds. In der nächsten Zeit, die Bauern im Fonds, die Bauern im Fonds wurden besser. Wenn die Bauern im Fonds kriegen, die Bauern im Fonds wurden mehr und mehr, damit auch die Bauern im Fonds, die Bauern im Fonds, der Bauern im Fonds besser DON. Herr, das war eine große Grenze. Die Bauern im Fonds produzierte, die Bauern im Fonds bräuble und der Bauern im Fonds MAY. Aber es gab eine große Bedeutung. Denn die Die Bauern im Fonds abont unsere Bauern im Fonds. Es ist nicht so, dass sie in den Fabriken arbeiten, sondern auch in der Küche arbeiten. Aber was ist es, dass wir uns in eine Masse, frühe, lege, lege und lege in unseren Städten? In der Region, die Maschinen der Spur und die Spur in den Vienn der modernen Vienn, dann verwendet die Tiere, die Wälder und die Wälder. Dank dieser Maschinen, die Spur in den Vienn, werden sie mehr produziert. Das sind die Pestizide, die die maximale Verkaufung geben. Die Pestizide kommen zum Beispiel aus den Spraus und Ärzten um die Virus und die Tiere, die die Verkaufung geben. Dann, obwohl es viele Fragen gegeben hat, in der Schweiz gab es eine Wunde der Miljahr. Das ist das, was wir in den Miljahr oder anderen Jahren importieren. Hier haben wir die Maschinen eine moderne, wenn wir die Verkaufung und die Verkaufung haben, mehr in der Welt und mehr in der Luft. Ich werde jetzt noch ein Problem machen, wenn wir die Verkaufung haben, und wenn wir die Verkaufung haben. Die Verkaufung ist automatisch. Der Roboter schlägt mit einem Laser, nicht mit dem Lager, sondern auch mit dem Lager, sondern auch mit dem Lager, ohne ihn zu Hause. Andreas Meli hat alles in der Kontrolle. Wenn die Verkaufung ist, wenn die Verkaufung ist, dann kann man nicht die Daten und wie die Verkaufung ist. Diese Daten helfen jetzt nicht, dass man nicht mehr in der Herde sein muss und bei den Kühen sein muss. Aber diese Daten helfen einem, zu erkennen, wenn etwas nicht stimmt. Es hilft einem, Massnahmen zu treffen, dass man sie anders fördert. Und so hat man heute mit diesen Datenmengen einen riesigen Vorteil. die Datenmengen und die Datenmengen verabschieden, die Datenmengen verabschieden, und die Datenmengen und die Datenmengen. die Datenmengen verabschieden, die Datenmengen verabschieden, die Datenmengen und die Datenmengen verabschieden. und etwas einfacher zu machen, damit man die Datenmengen besser überschauen kann. Man muss aufpassen, dass man sie dort einsetzt, wo es einem hilft und nicht wo es einem blockiert. Und das, die Datenmengen verabschieden, die Datenmengen die Datenmengen und die Datenmengen verabschieden, dass sie die Datenmengen verabschieden, und das, dass jeder Betrieb so digitalisiert sein muss, ist nicht nichts. Das ist nicht für jede Zukunft. Aber die Datenmengen stehen eigentlich in der Mitte. Sie sind auch offen für das. Sie verwehren sich damit nicht, aber man muss wissen, wo es Sinn macht und wo es nicht Sinn macht. Sen macht sich die Datenmengen auch eine bestimmte Großartigkeit, die die Datenmengen auf 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 die Datenmengen und auf die Datenmengen auf die Datenmengen auf die Datenmengen. Und hier ist es schon der Stopp mit der Datenmengen. Wir sind die Datenmengen und die Datenmengen auf die Datenmengen. Und die Datenmengen Wenn du da bist, auch auf YouTube, RTR und Fans hast du eine gute Videos von meinen Datenmengen. Und jetzt schöne Datenmengen. Tschüss! Tschüss!